Merkwürdig, er tut so, als würde er Gitarre spielen, aber eigentlich spielt er nur an seinem Schnibli rum. Und Mann, kann der Schwarz aber schön trommeln. Wie? Halt mal Stopp! Du willst ein paar dicke Bommeln? Ja, dann komm mal hier rüber an meine Theke, da zeig ich dir immer ein paar dicke Bommeln, mein Freund. Komm schon, Junge, nein, 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 du machst nur Ärger, ich geh lieber hier zum Römer. Wie? Achso, du willst einen guten Döner? Ja, komm mal her, du, da kann ich dir ordentlich einen schnippeln hier, ich hab einen dicken Spieß dabei. Ach, sie sind vom Catering. Ja, die Shrimps hier, die sind ein bisschen trocken. Haben sie noch Cocktailsoße? Oh, mein Freund, du, ich hab einen Cock in der Hose, ja sicher. Du, wenn ich mit dem Ding einmal schnalze mit der alten Salzpeitsche, du, da bleibt kein Auge mehr trocken, das sag ich dir. Wie, was schmeißt denn du hier rum? Du, was machst du jetzt hier für einen Aufstand? Lass dir mal die Teller liegen? Hallo, ich bin, hallo. Oh nein, jetzt hat der Strahlt angezettelt, oh mein Gott. Ey, guck mal, hier ist ein Sohn. Die Kempten hat eine blutige Nase gehabt. Ey, oh, 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 ich werde hier umzingelt, ich hab doch gar nichts gemacht. Alter, Alter. Ich bin vom Catering, du machst nur mich zufrieden. Ja, weil das ist die letzte Soße. Die letzte Soße. Die letzte Cocktailsoße. Ey, dem einen Römer hier unten, dem ist der Schritt verpixelt, ich glaub, dem hängt ein haariges Ei raus. Sollen wir die Boys böse machen oder willst du Frandos? Ey, ey, lass mal erstmal Frandos bleiben, oder? Ich weiß nicht, ich hab irgendwie Bock, die alle so ein bisschen akku zu machen. Ja, am Ende, guck mal, am Ende können wir die aber, ah, wir hätten die am Ende alle schlitzen können. Ne, noch sind die cool, ja, noch sind die cool. Oh Mann, ey, guck mal, der HP-Balken. Jo, der Kempten hat mir einen reingehauen. Ey, wie lange haben wir nicht mehr gespielt, ey, neuer HP-Balken. Guck dir das mal an hier, was hier los ist. Ja, die Leute haben ja nicht geliked, die Leute haben gesagt, wir wollen kein Painting mehr. Ja, stimmt, die Leute haben gesagt, nie wieder Paint. Die Leute haben entschieden, nie wieder Paint. Und dann hast du gesagt, hey, wollen wir mal wieder Paint und nicht so klar, ich hab ja eine Game of Thrones-Karte. Ey, die haben ja alles verändert, ich kann gar nicht mehr so gut abfarmen hier, indem ich... Ja, genau, genau, und die haben das nämlich ein bisschen schwieriger gemacht. Naja, das macht mir ja nichts, ich war schon immer der Beste in diesem Spiel. Ey, der eine Typ hier eiskalt macht die Penis-Zupfer. Alter, da liegt ein nackter Mann auf dem Tisch, hast du den schon gesehen? Pass ihn lieber nicht an, du weißt nicht, wo er war. Ha, schau ihn dir an, der nackte Mann. Guck mal, hier alle kloppen sich. Ey, der große, der große Schwarze hat den nackten Mann angefasst. Ja, aber der nackte Mann liegt doch immer noch da, oder? Ich glaub, der hält sich raus. Alter, da hat er ein großer Typ mit einer Schaufel, Vorsicht. Ich hab'n Sable. Captain Sable Boy. Einer steckt halb im Boden, was ist hier los, Alter? Wow, 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 aber die hauen immer noch gut rein. Ich find's nur irgendwie super. Guck mal, der Schwarze trommelt noch schneller, ne? Jetzt, wenn die Musik losgeht, der trommelt. Trommel um dein Leben, ich bin nur hier und mach das Afrika-Gesicht. Fuck! Von hinten und von vorne wurde ich angeditchelt. Alter, lass dich bloß nicht hier... War ein Kreuz-Ditcher. Das ist hier Game of Thrones, ne? Ja, Game of Schwones. Game of Thrones. Alter. Welcher Gay besetzt den Thron heute? Soll ich den... Soll ich den nackten Säbeln? Ey, der... Ich weiß nicht, der nackt ist eigentlich cool. Aber er ist jetzt einarmig. Er kann nicht mehr so masturbieren wie früher. Das Säckchen kraulen und die Palme schütteln. Das geht jetzt nicht mehr. Ich versuche hier gerade den Riesen... Boah, der Riese! Er ist in tausend Stücke gefallen, wenn ich ihn mit meiner Streitkolben-Super-Axt... Boah! Achtung, mein Milky Milky Coconut! Mein Milky Milky Coconut! Mein Milky Milky Coconut! Wow, ich hab Piraten getötet! Krass! Könnte so ein Werbe-Jingle für irgendwas Milkiges mit Coconut-Geschmack sein? Milky Way Coconut! Ist mein Milky Way Coconut! Ist meinen Riegel! Nimm ihn in den Mund! Er ist braun, aber zuckrig rund! Er ist braun und süß! Und wenn du lange dran lutscht, kommt Creme raus! Jetzt mit wunderbarer, warmer Creme-Füllung! Nur 10 Sekunden in die Mikrowelle! Authentische Schlaupte! Alter, wir müssen was tun! Hier wird ein Schwarzer verprügelt! Ja, der Trommler! Solange der Trommler da ist, ist alles... Der Trommler! Rassisch korrekt! Ich glaub, der trommelt gar nicht! Guck mal, der hat nur so einen Unschakus in der Hand und macht so eine Masturbierbewegung! Ich glaub, der hat einen epileptischen Anfall, so einen Arzt rufen! Dem geht's, glaub ich, nicht mehr so gut! Das ist alles immer noch Rassenkorrektheit! Absolute Rassenkorrektheit! Oh Mann, ey! Na ja! Und da wunderst du dich, dass ich nicht werbefreundlich bin! Ganz ehrlich! Die Truhe fängt ja immer an! Wieso ich? Ich hab nur gesagt, oh guck mal! Ich drück immer F zum Aufheben im Moment! Ich hab mir da jetzt so'n Grip angewöhnt von PlayerUnknown, Alter, dass ich da... Uiuiuiuiui, der PlayerUnknown Grip! Der PlayerUnknown Grip! Aber hier, was ist... Ist keiner mehr da? Ne, da drüben kloppen sich noch zwei! Ja komm, dein Dummhauter, geh mal drauf! Aufheben und Brot! Einer ist groß, die kloppen sich um Brot! Oh! Oh, hab ich eben schon bekommen, sogar daneben getwiggled! Oh, wie die Enten im Park! Aber sie kriegen mehr in ihren Schlitz, als ein Zigarettenautomat! Nein! Oh, der will mich anfassen! So, hier, Alter, ich bin voll die Killermaschine! Bam! Oh, oh, boah! Ich hab den Schwarzen abgeworfen und dann hat der andere einen Grind gemacht und ist voll in die... Boah, was hast du denn deine Hand? Keine Ahnung, die leben doch noch! Jetzt sind sie dood! Oh, wie ich dich mal wieder gerettet hab! Er war hier total auffordert mit der Gesamtsituation! Eben, wo der Nackte hier liegt hier rum! Wie konnte man eigentlich treten? Schau dir den Typen an, der ist super! Der ist echt super! Der Trommler, ne? Ich will ihn nicht töten! Ich will ihn nicht töten! Gehen wir mal weiter, ich mein, das war erst nur Raum 1 von 10! Naja, wir lassen die Band erstmal am Leben! Oh, 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 oh! Oh, ich hab ihn auf die Nase gehauen! Und ich hab ihn von hinten erstochen, aber ich glaub, er lebt noch! Nein, nein, der ist tot! Ne, ne, ne! Ich hab das Geräusch doch gehört! Ich nicht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! So, ich nehm mir mal hier... ...rumbuddeln mit! Was geht denn hier? Guck mal, hier ist ein schöner Wandteppich! Oh, so ein schöner Ochsenwandteppich, ne? Der ist doch aus Ochsenhaut, oder nicht? Alter, hier steht noch ne Wache! Okay, er ist tot! Ey, der ganze Flur ist voll, aber guck mal, wie chillig er hier rumsteht! Er hat noch gar nichts mitbekommen! Äh, da drüben ist nichts los! Nö! Nein, nein, nein! Fuck, hier drüben ist super viel! Wir haben da drüben nichts gemacht! Ne, 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 ne! Oh mein Gott, 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 Gott, Gott! Wo bist du denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Gott, Gott! Oh, Jesus! Oh Gott! Ich werd von Jesus angegriffen! Verrückte Psycho-Köche! Achtung, da kommt richtig viel! Oh nein! Jesus lebt, glaub ich, noch, oder? Nein, nein, der ist tot, ganz ruhig! Auf Jesus eintreten, das gibt die Werbung! Wie man so schön sagt! Ich muss irgendwann noch an YouTube Geld zahlen, dass ich meine Grütze hochladen darf! Irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo YouTube sagt, so, Herr to the Jower, sie schulden uns 800 Euro! Boah, guck mal, wie sie schlitzen, alle! Anwaltskosten! Die haben keine Chance, die haben keine Chance! Hepsi hat uns verklagt, aus Versehen im Spot auf ihren Videos gelaufen! Ey, wenn man hier unten nach rechts geht, da ist auch noch die Hütte voll, ne? Da sind richtig viele Leute noch! Ja, hier oben stehen aber auch noch richtig viele! Naja, also ich seh hier nur, guck mal, dieser Afro hier, wie er aussieht! Schau ihn dir mal an! Afro 2! Der ist aber cool, irgendwie, ey, die schlafen! Guck mal, ich erstlecht den jetzt im Schlaf! So, zack! Und er guckt nur zu und denkt sich so, ja, ist doch geil! Ja, guck nur zu, mach doch mal! Oh, einer ist aufgestanden! Ey, hier, leid mir mal so ein Speer, Junge! Danke! Guck mal, die schlafen aber irgendwie sehr verstört, oder? Als wären sie vergewaltigt worden! Von dem Afro-Dude! Könnte sein, dass es der Rape-Room ist hier, deswegen macht der Afro-Dude auch nix! Was macht der jetzt? Was hat er für einen Gruß gemacht? Hast du das gesehen? Hättst du den Arm gehoben, irgendwie? Ganz merkwürdige Geschichte! Ja, weil ich glaube, das war Black Power, das ging eher so in die Richtung Black Power! Also, darauf lasse ich mich nicht ein! Stand up for your eyes! Alter! Hab ich den gemanscht! Gemann? Ich hab den richtig gemanscht! Gemanngold! Richtig geschädel-manscht! Ja, manngold ist so deins, ne? Oh, den hab ich hingelegt! Oh, jetzt kommt der, jetzt kommt der Große! Willst du den bewerfen? Boah! Ey, das war ein Säbel-Fro! Gibt's hier jetzt so Headshot-mäßig? Aber einer lebt noch, hier, der da! Okay, jetzt nicht mehr! Jetzt ist er down! Weiß nicht, ich schlech noch mal ein bisschen rein! Ich hol mir noch mal einen Speer! Ach, ich drück immer F, Mann! F ist vor Speer! Er so, wirfst du einen Speer! Was machst du denn da? Achtung! Ey, wir sind aber biestig! Kann das sein, dass wir biestiger geworden sind? Oh mein Gott, ein Zuhälter-Römer! Das ist ein Zuhälter-Römer! Legendärer, holo, shiny Zuhälter! Roman Pimp! Mit Roman Pimp! Roman der Pimp, auch bekanntes Roman der Pimp! Roman der Römer! Okay, ich stech ihn! Oh! Oh, ist gechillt! Oh, wohl, sein Kopf ist abgefallen! Bei mir hat er keinen Kopf mehr! Aber er trägt auf mich zu! Er lebt noch! Aua! Boah, das hat gesessen! Ey, bei mir hat er keine Beine mehr, nix! Fuck! Das ist Roman! Okay! Roman, lass mich zufrieden! Roman der Römer! Oh, oh! Ey, der hält aber hier echt gut was aus! Da, da ist ein Schwert! Was ist das hier? Töte ihn doch! Mach ihn doch tot! Alter, ich hab ihm übelst unterm Kinn so einen Schlitz gezogen! Richtig geil! Ich hab ihm das Kinn abgeschnitten! Roman ist down! Der Roman ist tot, ja! Ja, ja! Ich glaub schon! Ich hoffe, oder er läuft wieder unsichtbar irgendwo rum! Der unsichtbare Roman! Was gibt's hier so? Alter, was macht er denn hier? Er pisst ja in die Ecke! Ja, aber jetzt wurde er zerstückelt in der Ecke! Jetzt wurde er zerstückelt! Dein Stückli hab ich gemacht! Alter, guck mal, was hier so rumliegt! So eine Schaufel? Schaufel! Ich glaub, ich nehm auch ne Schaufel! Ich glaub, ich nehm sowas, ne? Ich glaub, ich nehm so ne... Oh! So ne Keule, so ne Bone-Keule! Ich bin eigentlich eher so der Keulige Typ! Aber wir sind auch Spieße in der Ecke! Also wir könnten auch noch Leuten hier ein bisschen was einführen, wenn du willst! Willst du so einführen? Oh, ich hab ihm die Hand weggezimmert! Hast du gesehen, wie er die Hand angeguckt hat? Und die Augen aufgerissen hat, so, oh mein Gott! Meine Hand! Boing! Boing! Ey, der hat auch nen Pixel-Penis! Irgendwas stimmt mit dem nicht! Da hängt ein Ei raus, sieht man doch! Echt? Aber ein haariges, oder? Weil glatt wär erlaubt! Ja, ne, es war ein haariges! Glatt ist nämlich erlaubt! Ey, der steht wieder auf! Du hast nicht... Alter, was... Oh mein Gott, was hält der aus? Ja, ich hab ihm jetzt Schaufel-Kick, jetzt ist er down! Keine Chance gegen die Schaufel! Ich glaub, ich nehm mir nochmal ne Keule mit! Ich nehm mir nochmal ne Keule mit! Ich bin auch so ein Paddel geil! Wollen wir Paddel Bros machen? Paddel Bros? Die Paddel Bros! Wo ist denn das Paddel? Ich will auch eins! Oben muss ein Paddel! Gibt's noch ein Paddel? Schon gut, so ein Paddel! Aber das bedeutet, wir müssen jetzt den Schwarzen töten! Das find ich irgendwie nicht cool! Ja, lass... Warte, die Band lassen wir erstmal am Leben! Ja, aber es sind ja nur noch... Vier! Drei oder vier am Leben, ja! Vier! Wo sind die? Aber die Band sind zwei! Also müssen hier nur... Ah, die Köche hier oben! Die Köche? Ich weiß gar nicht, wo du bist! Hier oben sind Köche! No, das ist... Das ist doch ein Pirat! Hier, bang! Oh! Ey, Alter! Alter, der ist robust! Alter! Der ist robust! Alter! Ey, bei dem spritzt richtig Hirnmasse raus! Und der steckt es weg! Was ist das für ein Superkoch! Alter Schwede! Hier, ich nehm mal das Messer! Der krepiert nicht! Der krepiert nicht! Ich stech rein und der spritzt! Der ganze Raum ist voll! Stirbt! Oh mein Gott! Alter! Ich hab doch zwei Smiles weggesteckt! Boah! Vor allen Dingen! Äh, der spritzt! Hab ich gesagt! Ich steck es rein, aber er spritzt! Tja! Jetzt nur noch die Band! Und das war's mit der Band! Oh, jetzt hat er die Band auch noch aggressiv gemacht! Ich glaub, der Trommler ist ganz schön muskulös! Oh, der hat richtig krass Arme! Oh, der hat einen Nunchakus! Oh, aber ich hab ihn aufgeschlitzt! Oh, ich hab dem einen die Hand zertrümmert! Irgendwie ist das neu, oder? So Hand zertrümmern und dann gucken sie so drauf und sind ganz schockiert! Oh mein Gott, meine Hand! Ich schneid's seinen Fuß ab! Schneid's seinen Fuß ab! Was passiert jetzt? So ein Balken! Wo ist ein Balken? Ich hatte eben gerade so ein Special-Kick-Balken! Also ich zerleg den Typen hier noch ein bisschen! Ja, aber wie fandest du die Karte so? War nicht schlecht, oder? Ja, war ganz gut, ne? Ich mein, das war jetzt so für den Anfang! Ich mein, wie lange haben wir jetzt nicht mehr gespielt? Wir haben ja Monate nicht gespielt! Monate lang nicht! Wirklich Monate! Aber früher waren die Leute halt voll dabei! Zack, 4000 Likes, Kreiskies, ihr seid so geil! Ja, aber die Zeiten ändern sich! Die Leute wollen nur noch PlayerUnknown sehen! Nur noch PlayerUnknown, meinst du? Ich glaub schon! Also demnächst Minecraft PlayerUnknown, dann hast du einen guten Kanal! Na gut! Also ihr habt immer gehört! Minecraft wird unser nächstes großes Projekt! So, das war's mit Painzen! Game of Thrones! Ich geh noch ins Ziel! Dann hab ich nämlich gewonnen! Wie immer, danke fürs Zusehen! Bis zum nächsten Mal! Immer schön sauber bleiben! Und niemals die Seife fallen lassen, ne? Also ich hab die Seife, ich, äh, brauch die nie aufheben, weil ich hab so lange Arme, die gehen bis zum Boden! Ja, du bist auch so ein Affenmensch! Antiknastarme! Auf Wiedersehen und... ...Düß! Penis waschen!